Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bin Muslima, aber habe keinen muslimischen Namen Antonieta, Antonieta, wie kann ich vorgehen oder machen, du kannst einfach dich ab heute so nennen und kannst das dann auch auf deinen Pass ändern, ich weiß nicht, wenn dein Name jetzt auch keine Bedeutung hat, ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten sollte, Antonieta, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, Antonieta, okay, was ist das, hört sich so polnisch, russisch an, ne, indisch? Italienisch, wallah, du weißt Bescheid über das Leben, masha'Allah, wenn das kein Name ist, der gegen die Religion ist, dann kannst du ihn auch behalten, wie ibn ala ta'ala.